Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Infected. Wir sind wieder da. Wir haben in der letzten Folge... Oh fuck, die Blue brauchen Wasser. Oh Gott, geht das schnell. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen Stuff gesammelt. Und werden jetzt in dieser Folge mal gucken, ob wir endlich mal die Werkbank hinbekommen. Und vielleicht endlich die neue Aluminiumflasche, damit das hier mit dem Dings ein bisschen schneller geht. Und ich würde mir am liebsten gleich drei von diesen Flaschen bauen, aber wir kriegen jetzt so schnell keine neuen Aluminiumbarren hin. Von daher... Ja, eine wird ja erstmal reichen, ne? Und eine Gießkanne wäre halt richtig geil. Wenn wir eine Gießkanne hätten, das würde auch schon einiges erleichtern. Aber, naja, haben wir halt leider nicht. Machste nix. So, ich klebe hier gerade mal ein bisschen Fläusch hin. So, dann können wir uns das noch mitnehmen und das können wir hier hinkleben. Wunderbar. Ähm, dann futtern wir auch da gleich mal hier. Zack, essen. 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 Und dann brauchen wir auch direkt neues Wasserchen. Das können wir auch gleich mal... Wir schmeißen eine Kohle da rein. Scheiß drauf. Passt schon. Oh, schön verschwenderisch. So gefällt mir das. Geil. Ähm, wir haben ja noch Eisen. Das schmilzt gerade noch ein. Da gucken wir gleich mal. Äh, ich gehe hier nochmal ganz kurz mit dem Wasser durch. So, dass wir das mal voll kriegen. Wie gesagt, eine Gießkanne wäre geil. Warum gibt es keine Gießkanne in diesem Spiel? Oh, Geschmisch. Das Ding ist halt, du bist halt wirklich nur damit beschäftigt zu gießen die ganze Zeit, ne? Ja, also sobald wir die Flasche haben und vielleicht auch die neue Werkbank, sollten wir uns tatsächlich überlegen, ob es sinnvoll wäre, nicht doch mal wieder looten zu gehen, ein paar Tech-Punkte zu sammeln, dass wir da ein bisschen vorankommen. Ähm, ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Wir sollten übrigens hier mal absichern, ne? Ich sehe das durchaus... Das ist durchaus eine Sicherheitslücke. Und wir sollten uns auch eigentlich noch weitere von diesen Dingern hier bauen. Ganz dringend. Ja, so ein bisschen die Hoffnung, dass die uns vielleicht sehen und dann denken... Oh. Okay, ich ran. Auf das Erste... Machen wir das einfach mal so. Ich glaube, das sollte als erste Verteidigung auch mal ausreichen, dass wir hier so ein bisschen sicher wenigstens sind. Und hier hinten dürften sie eigentlich nicht drauf kommen. Die könnten höchstens anfangen, halt an der... an der... an dem Fundament rum zu... rum zu kloppen. Aber das können sie ja gerne machen, wenn sie möchten. Ich mache die Tür aber mal zu. Das können sie natürlich gerne machen, wenn die da Bock drauf haben. So, warte mal. Aluminium, wo bist du? Hier. Zack. Jetzt muss ich nur erstmal gucken, brauchen wir für die neue Flasche... Wird an der Werkbank hergestellt? Nein. Okay, perfekt. Wir brauchen nur die... äh... nur die... äh... Aluminium. So. Dann können wir an die Werkbank gehen. Ah, es juckt. Warte mal. Oh, es regnet. Äh, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Musste ich ganz kurz das Fenster zumachen. Weil sonst süffelt das hier rein. Das ist nicht so geil. Ähm, okay, pass auf. Werkbank. Dreimal Aluminium. Großes Fläschchen. Bam. Oh, da geht 200 Einheiten Wasser rein. Hier gehen 60 rein. Okay, geil. Das ist nice. Sehr, sehr nice. Okay, pass auf. Dann... wir nehmen uns aber trotzdem nochmal das kleine Fläschchen. Leeren. Zack. Einmal trinken. Okay, und jetzt hätte ich aber gerne noch eine zweite Flasche. Ich glaube, das wäre noch viel, viel angenehmer. Wenn wir zwei davon haben, ist noch geiler. Aber eine ist schon mal... Eine ist schon mal ein guter Fortschritt. Auf jeden Fall. Guter Fortschritt. Okay. Ähm... Kohle... Ich mache hier mal eine Kohlekiste draus. Kohle. So. Das ist geil. Oh, wir sind wieder am Overheaten, weil wir hier am... An den Dingern stehen. Ist nicht gut. Kupfer. Kupfer. Warte. 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 Mal hier austauschen. Ey. Oh. Wir haben einen schweinischen Besuch. Machen wir mal zumachen. Oh. So. Dann müssen wir auch, glaube ich, den Helm ausziehen, ne? Oh. Guck dir mal den Himmel an. Oh. Ist das Sonnenuntergang oder ist das ein Zeichen, dass wir hier morgen angegriffen werden? Oh. Oh. Na, ich weiß ja nicht. Könnte sein, dass wir morgen einen Angriff bekommen. Möglicherweise. Ich glaube, der Himmel war das letzte Mal, als wir angegriffen wurden, auch so rot, ne? Tag 22. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Was da so morgen auf uns zurollt. Schauen wir mal. Oh. Wetter so passiert. Hier haben wir auf jeden Fall noch schönes Eisen, das heißt wir haben hier erstmal wieder ein bisschen Eisenbahnen. Wir schlafen gerade mal ne Runde. Ja, könnte sein, dass wir gleich angegriffen werden. Möglicherweise. Könnte sein, dass das einer dieser Tage ist. Ich speichere nochmal. Ist jetzt zumindest nicht. Hier ist aber irgendwo ein Schwein unterwegs. Wir könnten hier noch ein Fenster hin machen eigentlich. Wo ist denn die Sau? Ok, der ist irgendwo hier. Glaube ich zumindest. Wir lassen die Sau. Ne, der ist hier irgendwo. Aber der ist nicht hier bei uns auf dem Grundstück, oder? Hi. Ja, lass den mal da draußen rumeiern. Ich glaube das ist okay gerade. Wir, wir, ist jetzt nicht so schlimm. Glaube ich. Äh, was wollte ich denn machen? Die verbesserte Werkbank. Huch. Wo gucke ich denn hin? Ähm, die verbesserte Werkbank. Pass auf. Bauen. Wat? Achso. Ähm, genau. Bauen. Dann einmal platzierbares. Werkbänke. Und die verbesserte Werkbank. Zwei Eisenbarren, zwei Kupferbarren, zehn Nägel, zehn Bretter. Ich stelle die mal hier hin. So. Zehn Bretter. Ist das Schwein noch da? Ja. Aber wir können von hier außen dran. Das ist sehr gut. So. Zehn Nägel brauchen wir. Warte. Wir haben natürlich acht. Klar. Das heißt, wir können einen ganzen Eisenbarren verschwenden. Cool. Toll, toll, toll. Brauche ich mich sehr. So. Bam. Und Kupferbarren. Zwei Stück. So. Und zack. Geil. Okay. Die verbesserte Werkbank haben wir jetzt schon mal. Auch das ist ziemlich nice. Ich packe das einfach mal wieder hier mit rein. Das ist schon okay, glaube ich. Ähm. Jetzt müssten wir mal gucken. Ich überlege gerade, ob wir uns das Wildschwein holen. Weil wir können halt jetzt draußen sonst nicht wirklich viel machen, ne? Das ist der blöde Eber. Das ist der blöde Eber. Hm. Geil. So. Da pfeffern wir uns direkt mal zwei Stück rein. Hm. Oder auch drei. Oder auch fünf. Hm. Geil. Und dann können wir auch direkt schon wieder neu einsähen. Da sähe ich uns. Hahaha. So. Ähm. Ja. Wir könnten auf jeden Fall noch ein paar mehr von den Dingern bauen, ne? Jetzt wo wir das... Jetzt wo wir die neue Flasche haben. Könnten wir fast drüber nachdenken, hier noch ein bisschen was hinzusetzen von dem Zeug. Ich... Weil wir das mit Sicherheit brauchen werden. Denkige Mol. Natürlich passt jetzt hier in die Ecke keiner mehr rein. Toll. Toll, Tobi. Toll. Schöne Scheiße. Kacke. Okay. Da hinten können wir vielleicht irgendwas zur Deko oder so hinstellen. Ich hab keine Ahnung. Hier passt auch keiner mehr hin, ne? So vielleicht? Ja, geil. Nice. Da passt gar keiner hin, ne? Ich glaube, wie wir das hier drehen und wenden... Sehr knapp, aber er passt da nicht hin. Kacke. Naja. Was soll's. Ähm... Was brauchen wir da für Bretter, glaub ich? Ach, wir können uns doch mal ne Kiste eigentlich machen, ne? Ne Kiste, die wir hier hinstellen. Ich weiß jetzt nur nicht... Wo packen wir die am besten hin? Warte mal. Lager... Lagerbehälter. Passt die hier hin? Oh... Recht, die passt da natürlich genau nicht hin. Scheiße. Ja, okay. Dann muss sie hier hin. Schon okay. Äh, acht Bretter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Und die nennen wir einfach mal... Warte. Ey. Seeds. So. Und da können wir nämlich alles reinpacken, was wir so an Seeds haben. Hier drin haben wir ja auch noch ein bisschen Stuff. Holen wir einfach mal raus hier. Das, das... Das ist Talg. Das nicht. Aber hier Zwiebelkeimling, Waschermelone. Und hast du nicht gesehen. Können wir alles da reinpacken. Easy going. Und dann haben wir das nämlich hier zentral, wo es halt auch hingehört, ne? Geil. Ähm... Hier brauchen wir Nägel und Bretter. Nägel heißt, wir müssen wieder unsere Eisenbarren opfern. Das heißt, eigentlich könnten wir hier auch wieder anfangen... Ah, Steine einzuschmelzen, ne? Theoretisch gesehen. Die müssten wir theoretisch dann auch langsam wiederholen. Wir haben nämlich keine mehr. Quats. Aber bevor wir jetzt das nächste mal Steine sammeln gehen, entweder mache ich das Offscreen oder wir gehen, äh... Wir gehen erstmal eine Loot-Tour machen. Das ist das erste, was wir jetzt als nächstes machen. Äh... Bevor wir hier irgendwas anderes tun, gehen wir eine Loot-Tour machen. Auf jeden Fall. Ein bisschen Technik sammeln. Wir müssen gleich nochmal gucken, wie das genau mit dem automatischen... Ähm... Mit diesem automatischen Bewässerungssystem ist. Müssen wir mal schauen. Das würde ich gerne machen, auf jeden Fall. Bam, bam. Oh, warte. Okay, ich glaube, die Wildsaube ist weg. Okay, hier haben wir eh nur 6 von 8 Nägel. Das heißt, wir brauchen nochmal 8 Bretter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack. Fast perfekt. Super. Okay, wir können hier noch ein bisschen was anpflanzen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal wässern, weil der ganze Kram ist einfach im Arsch. Da würde ich sagen, nehmen wir einfach mal das große Fläschchen. Und gucken mal, wenn wir das jetzt hier drauf packen. Warte. Hier ist leer, glaube ich, ne? Hier. Okay, das heißt, wir kriegen 2 Beete voll mit einer großen Flasche. Das ist sehr angenehm. Das ist äußerst, äußerst angenehm. Sag ich das, wie es ist. Das ist geil. Voll, 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 voll. Ah, warte hier. So, guck mal hier. Bam. Easy going. Das ist voll geil. Wir brauchen auf jeden Fall noch so eine zweite Flasche. Ganz wichtig. So, sauberes Wässerchen. Erstmal einen trinken. Trinken. Vielleicht nochmal einen trinken, damit wir aufheelen. Wäre für die Loot-Tour vielleicht ganz spannend, wenn wir da ein bisschen, ein bisschen voll sind. Wir pfeifen uns auch nochmal zwei Kartoffeln rein. Wie gesagt, wäre ganz cool, damit wir halt aufheelen. Wenn wir demnächst wieder losmarschieren, sind wir voll. Ich hoffe, dass wir zwischenzeitlich nicht angegriffen werden. Das wäre ganz angenehm. Wir werden aber gerade gar nicht hochgehealt, ne? Hm. Hielt gerade nicht so wirklich. Warum verstehe ich nicht so ganz? Weil wir eigentlich von den Werten her ganz gut unterwegs sind. Hm. Keine Ahnung. Okay, pass auf. Ähm. Was wollte ich machen? Technologien. Was tun wir? Das ist die spannende Frage. Ähm. Es wäre, glaube ich, ganz cool. Wasserhaus. Was macht das Wasserhaus? Lass mal ganz kurz gucken. Sonstiges Wasserhaus. Steht nicht dabei, was es macht. Wahrscheinlich macht das Wasserhaus, ist wahrscheinlich keine automatische Bewässerung, ne? Ich glaube nicht, dass das Wasserhaus eine automatische Bewässerung ist. Boah, wir brauchen 50 Eisenbarren. Wow. Äh. Für die Ölpumpe. Hui. Ja, ich glaube nicht, dass die, dass die, dass das Wasserhaus eine automatische Bewässerung ist. Sondern vielmehr glaube ich, dass man da einen riesigen Wassertank hat, der das Wasser vielleicht von oben, der das Wasser irgendwie pumpt oder so, ne? Das würde ich jetzt einfach mal tippen. Was aber auch nicht verkehrt wäre, tatsächlich. Sollten wir uns wirklich überlegen, ob wir das nicht vielleicht machen. Ähm. Schlecht wäre sicherlich auch nicht, wenn wir, warte mal, Möbel, Schlafzimmer, Küche, Metallherd, den Zubereitungstisch. Ich stell den jetzt einfach mal hier hin, ne? Ich stell den mal da hin. Wir werden den hier nicht brauchen, aber brauchen wir auch wieder Bretter und Nägel. Ähm. Nägel müssen wir uns wieder machen. Perfekt. Brauchen wir zwölf. Ne, zehn. Genau zehn. Geil. Ähm. Bretter. Zehn von zehn. Und zwei Holzscheiter. Haben wir die noch? Jo. Geil. Zack. Zubereitungstisch. So, lass mal ganz kurz checken. Hm. Hier beim Essen. Was können wir hier geiles machen am Zubereitungstisch? Gekochter Speck. Lagerfeuer oder Herd. Hier gibt's doch aber bestimmt voll die geilen Gerichte. Hier, gemischtes Gemüse. Eine Gurke, ein Mais, eine Kartoffel, eine Zwiebel. Haltbarkeit zwei Stunden. Roh, leberrohes Fleisch, gemischtes Gemüse. Speckpastenmischung. Ein Ei, roher Speck, Milch, gemischtes Gemüse. Okay. Ja, da brauchen wir überall Milch für. Haben wir aber nicht. Kartoffelkuchen. Speckpastete. Gemüsesalat. Gemischtes Gemüse. Ah, und dann können wir das eindosen. Und das hält zwei. Okay. Okay, das ist geil. Zwiebelsuppe. Okay, das mit dem Fruchtsalat ist richtig geil. Das mit dem Fruchtsalat ist nice. Sollten wir uns überlegen, ob wir das nicht vielleicht machen. Irgendwie. Ich meine jetzt gerade brauchen wir es wahrscheinlich erstmal noch nicht. Aber wäre nicht, nicht dumm, wenn man das vielleicht machen sollte. Also der Zubereitungstisch nicht, nicht, nicht uninteressant auf jeden Fall. Sollten wir, sollten wir machen. So, pass auf. Dann hole ich nochmal ganz kurz das Eisen hier raus. Schmelze das nochmal neu ein, damit wir neue Eisenbarren haben. Äh, haben wir hier noch was? Ne, das ist, was ich sagte, ein Eisenbrocken. Ja, okay, es sind zwei Eisenbarren, die wir jetzt hier haben. Naja. Die Welt ist das jetzt nicht, aber ist okay. Pass auf, dann haben wir hier noch ein Küpferchen. Packen wir auch mal da hin. Dann haben wir noch Lehm. Das Lehm haben wir hier irgendwo... Wo haben wir denn Lehm eigentlich? Ah. Hier haben wir das. Okay. Ähm, und dann können wir eigentlich hier nochmal vielleicht das Dach drauf packen. Sollten wir das vielleicht erstmal machen? Ja, ne? Wahrscheinlich. Und wir könnten nochmal überlegen, ob wir vielleicht noch die Zwiebeln und so... dass wir das alles mal anbauen, so nach und nach. Wie gesagt, ich hab eigentlich keinen Bock, das die ganze Zeit zu gießen. Das ist wirklich... Ich weiß ja nicht. Aber muss halt, ne? Muss halt. Wir sollten vielleicht jetzt nochmal gießen, weil tatsächlich fängt es gerade an zu regnen. Das heißt... Wir haben genug Wasser. So, guck mal hier. Einmal vollgemacht. Und hier auch nochmal. Zack. Okay. Super nice. Wie ist das eigentlich? Das könnt ihr mir... Wenn sich... Wenn das einer weiß... Wenn ich jetzt... Wenn die Dinger fertig gewachsen sind. Also erntereif quasi sind. Und wir sind nicht zu Hause und die sind auch nicht gegossen. Verderben die dann? Obwohl sie schon fertig gewachsen sind? Oder haben wir lange Zeit, bis wir die ernten können? Können wir die auch ungeerntet einfach da drinnen lassen? Wäre mal interessant zu wissen. Könnt ihr mir gerne mal, wenn ihr das wisst, in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Oder ob das Zeug dann auch spoilt, wenn das quasi... Ja. Wenn das quasi unused ist. Was brauchen wir dafür? Drei Holzscheide, vier Bretter. Das ist schon... Das ist schon wild, ne? Das ist schon wild. Wat man do all braucht, nech? Junge, Junge, Junge. So. Wir sollten uns auf jeden Fall mal Gedanken darüber machen, wo wir uns als nächstes hinbegeben. Ähm... Wir haben... Wir haben... Warte, warte, warte. Lass mal auf die Map schauen. Also wir waren hier... Hier ist der Händler. Wir waren jetzt in diesem Viereck hier quasi gewesen. Wir waren da. Wir waren da. Wenn ich das jetzt hier rot... Richtig. Wenn ich das jetzt so mache... Können wir hier überall Markierungen hinmachen? Oh, jo. Das geht. Okay, cool. Das heißt, da können wir immer sagen, hier waren wir schon. Wir waren außerdem auch hier schon. Da waren wir noch nicht. Das ist der Anfang. Waren wir auch mal fertig, weil da waren wir ja auch. Das heißt, an diesen... An diesen Orten hier waren wir schon. Sieht man die jetzt hier auf der Karte oder so? Ne, ne? Die sieht man hier nicht. Okay. Das heißt... Waren wir hier schon? Wir waren da das letzte Mal, ne? Da waren wir auch. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch gesehen... Da ist die Wüste. Ich weiß nicht, ob wir durch die Wüste so easy peasy durchkommen. Wir werden... Es wird dort sehr warm werden, denke ich mal. Das heißt, wir sollten uns vielleicht mal zu dem Händler begeben. Wir sollten mal zu dem Händler gehen, glaube ich. Warte. Ja, das sollten wir machen. Ne? Dann... Dann könnten wir uns mal hierhin so langsam begeben. Wir könnten natürlich auch... Wir könnten natürlich... Ja doch, wir müssen erstmal in die Richtung. Hier... Ja, wir könnten auch hier hin. Aber das Problem ist, wir brauchen Benzin. Ähm... Ganz dringend sogar. Haben wir nämlich nicht mehr viel von. Ähm... Sollten wir vielleicht erstmal in Angriff nehmen. Wir haben... Immer noch Sommer. Das ist gut, glaube ich. Ähm... Haben wir denn noch irgendwas, was wir gerade bauen könnten? Wir könnten mal schauen, dass wir uns eine verbesserte Axt bauen, zum Beispiel. Macht der Stahlspeer... Der Stahlspeer macht mehr Schaden als der Knochenspeer wahrscheinlich, ne? Logischerweise. Stahlspeerspitze. Die machen wir hier wahrscheinlich, oder was? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo kriegen wir denn die Stahlspeerspitze her? So eine schöne Stahlspeerspitze. Stahlspeerspitze. Einen Stahlbarren. Haben wir einen Stahlbarren? Wir haben einen Stahlbarren. Das ist eine Stahlspeerspitze. Und dann brauchen wir... Was war das? Drei Stöcker, fünf Pflanzenfasern. Drei Stöckchen. Drei Stöckchen. Eins, zwei, drei. Äh... 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 Achso. Äh... Hier... Hier... Geil! Ähm... Warum... Habe ich jetzt irgendwas... Habe ich irgendwas vergessen? Wollte ich das gerade an einem Zubereitungstisch herstellen? Cool. Wow. Ich äh... Ich sag da einfach nichts zu. Okay, Knochenspeer. Cool. Ähm... Ich würde mir auch gerne eine bessere Axt machen. Was brauchen wir dafür? Ein Stock und Eisen-Axtkopf. Drei Eisenbarren. Ah, wir müssen unser Eisen-Game upen. Ganz dringend. Wir müssen unser Eisen-Game upen. Oder wir stellen einen von diesen Mineral-Extractor ein, dass der Steine sammelt. Aber... Das kannst du halt... Okay. Das kannst du halt eigentlich auch selber machen, ne? Wir bräuchten... Wir bräuchten den verbesserten... Ofen. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Oh Gott. Ja, wir brauchen den besseren Ofen. Wir ziehen nächste Folge los. Das hat keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn mehr. Wir müssen los... Das können wir übrigens... Können wir das löschen? Na egal. Ähm... Ja, wir ziehen nächste Folge... Nächste Folge ziehen wir los. Das ist ein Eisenbrocken. Hier haben wir eine Stahllegierung. Die können wir mal einschmelzen. Wenn die Dinger hier eh noch laufen, so ein bisschen, können wir die einschmelzen. Dann kriegen wir Eisenbarren... Äh, Stahlbarren. Die können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Den einen Stein, den wir hier noch haben, können wir noch einschmelzen. Sind hier noch Steine drinnen? Ne, ne? Nö. Okay, dann lassen wir das noch einschmelzen. Ja, nächste Folge gehen wir los. Wir müssen... Äh, wir müssen... Wir müssen ein bisschen Action machen. Wir müssen mehr Sachen sammeln. Damit wir... Damit wir besseren Krams bekommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, nächstes Ziel wäre theoretisch gesehen dann... Chemietisch. Ja, Chemietisch ist auch nicht schlecht. Venturine. Wir brauchen die Backsteinschmiede. Ich glaube, da geht das alles ein bisschen einfacher. Ja. Ja, äh, 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 äh. Das brauchen wir. Wir brauchen... Also wir brauchen definitiv die Backsteinschmiede. Wenn wir noch mehr draus bekommen, auch nice. Aber so fürs Erste wäre es eigentlich cool, wenn wir die erstmal hätten. Hm. Wir können hier mal anfangen, so ein bisschen die Sachen umzuräumen vielleicht auch, ne? Ich meine, den Schlachtertisch. Da machen wir uns noch so eine Art Küche irgendwo mit dem Zubereitungstisch und dem Schlachtertisch. Jetzt fürs Erste machen wir mal hier den hier. Warte. Ich glaube, wir brauchen aber tatsächlich die Werkbank nicht mehr, ne? Ich glaube, alles, was man an der alten Werkbank machen kann, kann man auch an der neuen Werkbank machen, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Das heißt, eigentlich ist die obsolet. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Aber wir heben sie erstmal auf und gucken mal, ne? Vielleicht können wir sie ja doch noch gebrauchen. Schauen wir mal. Ähm, die Kisten mit dem Körbis, die können wir eigentlich... Warte mal. Könnten wir... Ich weiß nicht, lagert man... Man lagert sowas eigentlich nicht draußen, ne? Hat das irgendeinen Effekt? Ich hoffe nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich hoffe, das hat keinen Effekt, aber wir werden es sehen. Ähm, was wir noch machen können... Wir können uns mal ein bisschen Wasser aufkochen, solange das hier noch läuft. Das können wir nicht machen, okay. Trinken wir erstmal, das passt. Ja, nächste Folge ziehen wir los. Sind wir eigentlich ein bisschen aufgehielt? So... Minimals vielleicht. Ich habe gerade... Das Ding ist ausgemacht unten, die Effekte. 78 immer noch, ne? Wir healen nicht so wirklich hoch gerade. Aber ist egal. Scheiß drauf. Ähm... Ja, wir machen eine Loot-Tour. Wir machen eine Loot-Tour. Wir haben... Das ist ein Stahlspeer. Der ist, glaube ich, nochmal eine Ecke stärker als der Knochenspeer. Dann würde ich sagen, lassen wir die Steinspitzhacke da und nehmen den Bogen mit. So. Bam. Und dann gehen wir ein bisschen Action machen. Wir kriegen jetzt die da... Wir kriegen die da jetzt da rein. Wahrscheinlich irgendwas hier hinschmeißen, was wir gerade... Warte mal, machen wir so. So kriegen wir das da rein. Guck mal, zack. Bam. Wunderbar. Wir gehen in dieser Folge nochmal ganz kurz los, bevor ich das nächste Folge vergesse. Weil ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Wir ziehen nochmal ganz kurz los und holen aus unserem Extractor da vorne alles raus, was wir rauskriegen können. Können das vielleicht noch einschmelzen. Wir müssen aufpassen, ich weiß nicht, ob der Eber hier irgendwo reingelaufen ist ins Gemüse. Das ist schonmal ein Huhn. Auch so ein Huhn kann gefährlich sein, wie wir alle wissen. So, dann gehen wir nochmal ganz kurz in die Höhle rein, holen den Stuff raus, packen den noch schnell in die Schmelze und dann... Mache ich eine kleine Aufnahmepause und in der nächsten Folge gehen wir dann ein bisschen auf Reise. Hier haben wir ein bisschen Kupfer. Und genau, dreimal Aluminium, perfekt. Das heißt, wir können uns nächste Folge noch so eine Flasche machen. Boah, geil. Oh, voll geil. Ja, und ich glaube, also was jetzt nice wäre als nächstes, wäre das Wasserhäuschen. Das braucht allerdings Strom. Das heißt, da müssen wir Stromtechnologie erstmal machen. Ähm, was nice wäre, wäre das Wasserhäuschen, weil ich glaube, dass wir da uns a... Ich denke, dass wir da Trinkwasser vom Boden pumpen können. Was in dem Fall dann bedeutet, wir können... Also wir sparen uns halt den Schritt, das Wasser einzukochen. Könnte ich mir vorstellen. Ähm... Was an sich ja schon ziemlich cool wäre. Ne, das wäre ja auf jeden Fall auch schonmal ein Fortschritt. Ähm... Ja, müssen wir mal gucken. Ne? Ähm... Und die Backsteinschmiede, weil ich glaube, dass wir da schneller Eisen rausbekommen, weil wir werden noch sehr viel Eisen brauchen für all die Sachen, die wir bauen wollen. Naja, ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen für diese Folge. Und nächste Folge gehen wir dann ein bisschen Loot-Tour machen. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Hau. 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 Hau.